Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu KerberSpaceProgramm. Ich habe mal über die ganze Sache hier ein bisschen nachgedacht und bin zum folgenden Schluss gekommen, dass es doch eventuell irgendwie möglich sein sollte zumindest die RT5 zu testen. Wir bauen dafür mal was komplett neues auf. Oh, habe ich ja schon. Moment. Ähm, Hitzeschild? Hier. Einmal drunter gequetscht. Dann ein Dekappler, wie immer halt. Damit wir halt nicht zu schwer unten ankommen. Das wäre doch schon mal schön und ein Fallschirm. Gut. Mystery Goo können wir natürlich auch mal mitnehmen. So, vielleicht soll ich das hier als Basis speichern. Hm. Naja, ist ja schnell zusammengebaut. So, und zwar folgendes. Das RT5. Hier. Damit müssen wir ja nur auf 36.000 Meter. Das sollte ja soweit machbar sein. Gib mir mal ein paar Hyphen. Äh, nein. Symmetrie-Modus bitte an. Drei sollten da ausreichend sein. Sehr schön. Und dann kommt nochmal ein Dekappler drunter. Hier. So, und jetzt kommt der Genie-Streich. Ähm, wir nehmen dafür eine von diesen Dingern hier. Mir jetzt egal welche. Auf jeden Fall kann ich ja damit den Schub steuern. Ich glaube mit den Boostern geht es nicht. Aber mit den Engines müsste es gehen. Aber dafür brauchen wir auch eine ganze Menge Sprit. So, wunderbar. Wie gesagt, damit kann ich halt den Schub steuern. Das Ganze schon mal ein bisschen leichter macht. Ah, hier kann ich hoch und runter scrollen. Das ist doch schön. Und dann brauchen wir nochmal hier einen Dekappler. Hm. Wunderbar. So, nochmal ein paar Hyphen für alle Fälle. Moment. So. Sehr schön. Und dann müssen wir natürlich noch auf die Höhe kommen. Also das hier ist wirklich nur dafür, damit wir dahin manövrieren können. Damit wir den Speed ein bisschen anpassen. Diese großen Booster haben sich ja schon mal sehr gut bewährt. Ich glaube, da sollte aber auch einer reichen. Den reduzieren wir dann auf knapp 59, 57%. Ey, jo. Du bekommst natürlich auch noch Hyphen. Also wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wo sind wir denn eigentlich schon? Ähm. Bei K5? Ey, ja. Das ist dann die K5. Gut. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch die Stufen einstellen. Also zündet, dekoppelt. Zündet, dekoppelt. Zündet, dekoppelt. Moment. Ich muss noch den Fallschirm irgendwo anders einsetzen. Also gut. Zündet, dekoppelt. Zündet, dekoppelt. Zündet. Die koppelt. Und dann für den freien Fall. Ich hoffe nur, dass sich Chibidaya da oben nicht irgendwo verirrt im Weltraum. Dass wir zu hoch kommen. Das wäre ein kleines Problem, würde ich mal behaupten. Aber gut. Gehen wir mal an die Startbahn und testen das Ganze. Ich hoffe doch mal, dass es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So, Chibidaya ist da. S.A. ist aktiviert. Also der Plan ist halt wirklich, dass uns dieser Truster so auf ca. 10.000, 15.000 Meter hochbringt. Truster, sag ich schlicht mal nicht. Der Dings da, der Booster. Naja, probieren wir es einfach mal aus. Fehlt da Schub? Und ich werde noch ein bisschen mehr Schub dazu geben. Oh, guck mal, hier kann ich den Schub hier auch steuern. So gut, dann gehen wir hier mal auf volle Kanne erst mal. Bis wir ungefähr bei der Hälfte vom Sprit sind. Und wir nehmen Fahrt auf. Oh, das geht ja sehr gemächlich. Und dann reduzieren wir das Ganze mal. Wobei, hier kann ich den Schub hier wirklich nicht steuern. Der fliegt halt durchmäßig durch. Vielleicht haben wir ein bisschen zu viel Gewicht. Vielleicht sollte ich da noch ein paar zusätzliche Booster dran packen. Denn mit 140 Metern pro Sekunde kommen wir ja nicht besonders hoch. Solid Fuel ist gleich ausgebrannt. Noch beschleunigen wir auf 200 Meter pro Sekunde. Wir geraten hier langsam ein bisschen in Neigung, aber der Horizont sagt da nichts. So, wir werden jetzt ein bisschen schwerer. Weißt du was, mit Minimalschub. Ne, nur damit wir halt nicht langsamer werden. Weil die Geschwindigkeit haben wir ja. Ich hoffe mal, wir haben genug Sprit dabei. Also reduzieren noch mal. Vielleicht kommen wir hier so mit ein bisschen Glück nach oben. Vielleicht mal kurzzeitig Vollgas. Und wir wieder auf Tempo kommen. Dann reduzieren wir wieder. Ja, es könnte klappen. Vielleicht brauchen wir bei der ersten Stufe einen zusätzlichen Booster. Dann könnte es vielleicht klappen. Ich habe wirklich ein sehr gutes Gefühl, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Wir sind ja immer noch im Geschwindigkeitsbereich. Kurz aufdrehen. Dann könnte es wieder absenken. So. Jetzt müssen wir noch mal richtig Vollgas geben. Und jetzt ist die Stufe ausgebrannt. Die Frage ist, kommen wir so hoch? Mhm. Komm, zeig mal her. Wie hoch kommen wir denn? 25.000 Meter. Nee, wir brauchen noch einen zusätzlichen... Äh, ja. Einen zusätzlichen Schub in der ersten Stufe. Weil so bringt es natürlich nichts. Weil jetzt haben wir ja auch nicht mal mehr das Gesamttempo. Ja, da bringt es eigentlich gar nichts zu zünden. Schauen wir mal, ob wir hier Punkte reinbekommen. Mhm. Nein. Kommen wir auf Durchdichtpunkte. Ich glaube, in der Höhe waren wir schon oft genug. Ähm. Nein. Weißt du was? Wir reverten mal. Sparen wir ein bisschen Zeit. Können wir ja machen. Zur Vehicle Assembly. Und dann packen wir noch mal ein paar Booster dran. Wie viele Teile können wir noch anbauen? Noch neun. Hm. Nehmen wir noch die Großen. Wobei, ich glaube, die Kleinen sollten es ja auch machen, oder? Ist ja nur ein bisschen zusätzlicher Startschub. Mit dem Symmetrie-Modus hier dranhängen. Genau. Die Kappen habe ich noch nicht erforscht, oder? Die aerodynamischen Kappen. Können wir mal schnell mal gucken. Wahrscheinlich übersehe ich das gleich. Nö, aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt endlich mal auf dem richtigen Weg. Den Schub können wir hier auch mal ein bisschen reduzieren, damit die halt nicht so schnell leer brennen. Genau. K5B. Speichern und auf zur Startrampe. Und wenn das auch nicht hinhaut, dann probieren wir es nochmal mit ein paar größeren Boostern. So, da würde ich mal sagen, SRS an und Launch. Oh ja, da haben wir jetzt erstmal deutlich mehr Schub. Das soll jetzt Gefühl von den kleinen Raketen wird gleich komplett ausgebrannt sein. Aber ja, diesmal müsste es klappen. Oh oh. Instabil. Oh oh. Haha. Hm. Finde ich ja gar nicht gut. Da kann ich ja auch nicht wirklich gegenlenken. Komm schon. Komm schon. Oh. Ja klar, du fliegst geradeaus. Kann ich dich nochmal stabilisieren? Ne, das macht keinen Sinn. Äh, Moment. Das macht einfach keinen Sinn. Sorry. Vehikel Assembly. Vielleicht waren wir doch ein bisschen zu schnell. Aber weißt du was, wir nehmen jetzt hier mal sicherheitshalber die großen. Da sollte sich nämlich nichts fehlen an denen. Mit vier Boostern könnte man ja hochkommen. Mhm. Mhm. So 50%. Dann reduziere ich euch auch nochmal auf 66. Nun gut. Also Schub haben wir mehr als genug. Vielleicht haben wir noch ein paar zuzügliche Hyphen gefehlt. Das wahrscheinlich sagt ihr mir dann gleich mal, dass wir keine Teile mehr verbauen können. Äh, Treibteile dürfte ich noch verbauen. Nun gut. K5 C. Und starten, würde ich mal behaupten. Dann warten wir nochmal auf Jebediah. Und, ja. SDS aktiviert. Und go. Ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen stabiler ist. Ja, wieder eine leichte Schräglage. Oder zumindest bilde ich es mir ein. Wahrscheinlich ist es absolut gerade. Mh, guck mal. Oh ja, jetzt kommt hier die Rotation. Das sollte aber alles im grünen Bereich sein, hoffe ich mal. Oder wir haben einfach zu viel Speed drauf. Jetzt sind wir schon mal auf 10.000 Meter. Könnte klappen. Notfalls können wir mit diesem Triebwerk ja ein bisschen abbremsen. Solid Fuel ist gleich ausgebrannt. Oh. Da oben wird es ja ganz schön heiß, oder? Ja, die Triebwerke da unten. Sorry. Die brennen ja auch schon. So. Höhe haben wir erreicht. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch langsamer werden. Koppel das mal ab. Können wir hier irgendwie ein Manöver einleiten? Also, ein Abbremsmanöver natürlich. Moment. Erstmal den Schub so weit reduzieren, wie es geht. Ähm. Bitte nach unten. So. In welche Richtung geht es eigentlich nach unten? In die. Genau. Flieg mal. Bitte aber nicht zu steil runter. Du steigst ja immer noch. Hm. Da kommen wir mal ein paar Sekunden Vollgas. Wieso steigen wir denn noch? So. Jetzt fallen wir. Moment. Da ist mein gesamtes Sprit verbraucht. Das ist ja auch nicht so toll. Verdammt. Kommen wir hier wieder runter? Ja, doch. Gut. Ähm. Ja, dann könnte man mal einen Shippe-Dyre fragen. Ich bin mir meinen Crew-Bericht anfertigt. Nö, da hat nichts Neues zu melden. Das Mystery-Go eventuell. Ja, guck mal. Da bekommen wir neue Forschungspunkte. Sehr schön. So, langsam fallen wir wieder ab. Können wir uns neu ausrichten? So, damit müssten wir wieder Richtung Orbit ausgerichtet sein. Und wir fallen weiter. Verdammt sind wir schnell. Hm. Ich habe so viel Sprit verbraucht. Also waren vielleicht die Tampfer doch ein bisschen zu stark. Moment. Zum Abbremsen reicht es nicht mehr. Nein, leider nicht. Ah, ja gut. Wir haben zumindest Forschungspunkte gesammelt. Das ist doch auch schon mal was wert. Ja, wir sind zu schnell. Oh, oh. Weg damit. Oh, oh. Kannst du jetzt bitte mal abschleudern? Das war jetzt mal was, was ich als Fail bezeichnen würde. Ähm. Sind wir nicht ein bisschen zu schnell, Jibbe, da, ja? Ups. Ne, jetzt brauchen wir uns nicht weiter angucken. Naja, das war wirklich ein Fail. Nun, ich würde mal behaupten, wenn wir hier den Schub noch ein bisschen weiter reduzieren, dann kommen wir mit der ersten Stufe doch deutlich höher. Probieren wir es. Läuft ja eh alles unter Jugendforscht. Na dann, Essay ist an. Jibbe Daya ist bereit. Jetzt müssten wir mit dieser Stufe eigentlich deutlich höher kommen. Ohne deutlich schneller zu werden. Da wir den Schub ja reduziert haben. Im Zweifelsfall müssen wir halt früher vom Gas runter gehen. Also früher abkoppeln. Und hoffen, dass uns die Booster nicht wegschießen. Jo, Solid Fuel wird verbraucht. Electrical Charge geht auch runter. Das brauchen wir für das SAS, wenn mich nicht alles täuscht. So, Speed haben wir richtig. Nur halt nicht die Höhe. Äh, wo neigst du dich jetzt schon wieder hin? Hm, 10.000 Meter. Solid Fuel bald aufgebraucht. Ich hoffe mal, dass die Beschleunigung bald nachlässt, wenn wir die Höhe erreicht haben. Diesmal habe ich ein richtig gutes Gefühl bei der Sache. Oh, wir werden ein bisschen heiß. So, die Booster sind ausgebrannt. Jetzt müssen wir an sich nur noch langsamer werden. Wer haben wir? Ja, wir sind wieder zu schnell. Oder wir warten, Moment mal kurz. Für den Wiedereintritt. Und das habe ich aber gerade erst versucht. Wie hoch kommen wir? 95.000 Meter. Da hätten wir doch die RT-10s mitnehmen können. Määh. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir schon langsam auf dem richtigen Weg sind. Einfach irgendwie mal abbremsen oder sowas. Jo, jetzt sind wir wieder im Orbit draußen. Bekommen wir vielleicht nochmal die Forschungspunkte zurück. Jo, die behalten wir. Crew-Bericht. Bekommen wir keinen. Nö. Das Problem ist, bis wir wieder auf den 36.000 Metern drunten sind, werden wir so schnell werden. Also der wäre jetzt machbar. Mit diesem Aufbau. So, gleich segeln wir mit voller Lichtgeschwindigkeit wieder gegen den Boden. Können wir hier oben SES ausmachen. Ja, dann sparen wir ein bisschen Energie. Bei höchstwahrscheinlich haben wir einfach zu viel Schub dafür. Schub noch weiter reduzieren oder doch den Tamper ein weniger, zwei weniger. Ja, haben wir es da bald oben. Klar, wir könnten mit dieser Ding sogar ein Standardorbit einfliegen und geosynchron werden, aber... Moment, lass mal die Ausrichtung so, wie sie sein sollte. Genau, weil somit sind wir direkt vom Planeten weggerichtet. So, und wir fallen wieder. Ähm... Klivieren wir mal SES. Vielleicht können wir ja ein bisschen abbremsen. Und bremsen wir? Wir sind immer noch zu schnell. Nee. Wieder komplett verfehlt. Ja, also die Geschwindigkeit ist das Problem, aber das könnten wir jetzt auf jeden Fall schaffen. Dann werden wir nochmal hier die RT10 hinbauen und dann machen wir das hier im nächsten Part. Ersetzen wir einfach mal die RT5. Naja. Bringt eigentlich gar nichts, die jetzt noch zu zünden. Ich möchte einfach nur noch landen. Wobei, es sind ja nicht zu schwer. Oh, oh. Moment. Moment. Hab ich keine Energie mehr? Strom haben wir ja noch. Oh, oh. Du lässt dich nicht ausrichten. Ja, klar. Moment. Nee, 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 nee. Also ich hab ungefähr eine Ahnung, wie wir zumindest die RT10 schaffen. Wie gesagt, das gehen wir dann im nächsten Part an. Ich bedanke mich mal fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.